Hallo liebe Leute und willkommen zum Let's Give Up von Gehirn-Jong mit Dr. Kawashima. Shortycuber hier am 29.08.2011. Wir beliebigen drücken mit Taste die. Ja, und legen gleich einmal los. Ich bin hier Shortycuber. Wir haben das letzte Mal irgendwas mit 36 gehabt. 36,1. Heute haben wir den 29.10. Ich würde sagen sogar, dass der 31.10. am Schlusstermin ist mit diesen Recordings. Und ich würde sagen, aber das werde ich erst noch mit den anderen Leuten ausmachen. Ich würde sagen, am Freitag wird dann sozusagen das Finale aufgenommen. Das werde ich dann einfach mal beschließen, weil sonst wird das Ganze ewig losgehen, also ewig weitergehen. Das habe ich aber nicht vor, ewig weiterzuführen. Natürlich, wenn es Fragen gibt, Shorty macht doch das und das wieder weiter. Dann habe ich nichts dagegen, wenn ihr das so vorschlagt. Ich habe schon wieder die Kommentare nicht durchgelassen, deswegen ist schon wieder der Ton weg. Training. Was wollen wir denn heute machen? Ich lese mir meine Kommentare durch, sofern ich es finde. Dr. Kawashima. Ich schätze mal Part 7 war das letzte. Ja. Tut mir wirklich leid, dass ich jetzt schon wieder unvorbereitet hier reinplatze. Aber ich bin so oder so immer relativ schnell da durch, deswegen kann ich mir auch dauernd mal die Zeit nehmen und mir das anschauen. Ich habe einen Vorschlag bekommen. 3, 12, 7. Danke, Wurfsgirl. Danke. 3, 12, 7. Gut, merken. Das wäre 3. Äh, Leitung. 12. Rein, raus. Rein, raus. 7. Paare 1 habe ich zwar letztes Mal schon gemacht, aber wenn ihr wollt, dass ich das mache, gerne. Obwohl, das habe ich jetzt schon länger nicht gemacht. Wurfsgirl, ich glaube, ich hoffe, ich denke, nein, das habe ich glaube ich noch nie gemacht. Wenn da nichts dagegen spricht, mache ich das einfach mal. Ich werde jetzt einfach mal schauen, was fehlt mir hier noch, deswegen fange ich gleich einmal mit Formen an. Nein, das habe ich schon, okay. Kann ich da wieder zurück? Nein, kann ich nicht. Na, dann machen wir das als Training. Äh, dh, 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 zweck'n das hier. Äh, mal abgesehen von... Ähm... Plus... Plus, äh... Plus, Minus... Äh, das hier... Äh, Minus... Äh... Fuck, das war das Falsche. Ja, das war aber eins ausgefüllt mit oben links. So, plus, minus. Ähm. Äh. Ja, das war's. Und minus dem. Ähm. Plus dem aber. Das heißt, äh. Das hier. Ganz einfach. Haha. Das war nicht einfach. Aber haha. Mit drei Restsekunden. Das ist aber, glaube ich, kein Rekord sogar. Ich war schon mal besser. Werden sie langsam mit. Ich hab gerade erst angefangen. Chill, Typ. Oh, Mann. Äh. Wow. Neue Daten sind auf der Wissensseite verfügbar. Ui. Ui. Paare drei habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Na doch, habe ich schon gehabt. Was fehlt mir dann hier noch? Das muss ich mir ehrlich einmal einprägen. Ja, ich muss, äh, die drei anklicken, die da drinnen vorkommen. Äh, da, da, da. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ähm. Äh, zack, 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 zack. Äh, zack. Zack, 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 zack. Äh, tropfen links zweimal doppelt da. Äh. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T schnell 312 das waren irgendwie die zwei die ich 312 mache ja eigentlich was ob es mich zweimal rausgegangen wollte eigentlich zweimal hier zurück so 3 unbedingt leitern leitern habe ich schon so oft ist egal leitern einfach leitern weil cool diesmal ohne maus mache ich ok verdammt ok den zweiten habe ich jetzt nur noch geraten wegen zeitdruck mangel dingens fausen beste punktzahl so gut war ich noch nie oder wie auch tatsache so gut war ich wirklich noch nie interessant aus was sich das alles erschließt 12 rein und raus bitte nicht falsch verstehen 22 punkte hauck ich weiß ich muss mir merken was drinnen bleibt sozusagen gemerkt zwei rote ein gelbes ein rotes kommt dazu wenn es immer noch zwei rote sind was ein rotes gut zwei rot zwei gelb ein grün rot drei gelb zwei rote das war kein gröner sich idiot jetzt habe ich gar nicht schaut in einem minimum und raus bist du raus bist du einfach ja einfach kommen schnell raten 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 neuer punktzahl rein und raus nie wieder ich meine das spiel nie wieder weil sie das versteht gut sieben minuten ich muss mich beeilen bestimmung des geistigen alters heute machen wir was machen wir wir machen was habe ich weniger gemacht ich glaube das ist das noch mal in der reihenfolge die angezeigt wurde ok nämlich mal da ist das so ich glaube ich länger jetzt schon nicht mehr verwendet und formeln 2 das lasse ich das habe ich letztes mal ich würde sagen zahnräder kogs einfach kogs und noch mal leitern in leitern bin ich ja schon gut dann schon einmal wie schaut es heute aus okay ich muss genau das war das okay das ist gut was muss ich angeht 2 13 13 13 23 23 23 23 23 blau rot gelb blau rot gelb blau rot gelb blau rot gelb kreis stihrn kogdraht 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 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Bäm! Huh! Null Restsekunden. Das war ja mal knapp. Aber hey, 100%. Hehehe. Ah, Zahnräder. Korks. Also, nochmal merken. Wenn ein Gummiband drumherum um ein anderes gestülpt ist, nicht diagonal, ist das gleich beweglich. Wenn es diagonal ist, ist es wieder komplett andersrum. Merken, Shortycuber. Gut, loslegen. Ähm, du und du. Ähm, du, du. Ähm, du, du, du und du. Ähm, du, du, du. Ähm, du, du, du. Ähm, du, du, du. Ähm, du, du, du. Du nicht, du wieder, du wieder. Ähm, du, du. Du. Ah, verdammt! Das nächste wäre es gewesen. So, dann du nicht. Du. Ah, du schon. Du nicht, du. 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 Äh, dann du. 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 Bis auf eines. Bis auf eines. Mit vier Restsekunden, aber. Äh. Aber hey, 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 hey. Habe ich das letzte Mal auch so vier Punkte geschafft? Okay. Leitern. Kennen wir ja schon. Mittlerweile sollten wir es zumindest kennen. Äh. Äh. Verdammt, das war drunter. Äh. Äh. Ui. Ich lasse mir Zeit. Ich habe keine Ahnung mehr gehabt, wie es zum Schluss war. Ich habe einfach nur noch gedrückt. Hey, 66 Prozent, aber ich bin bis zum Schluss gekommen. Das wollen wir jetzt einmal nicht, äh, ins Negative ziehen. Äh. 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 Oh, hey, die ersten zwei waren cool. NEEIN! Ich bin über die 40. Wieso nur? Weil ich heute schnell sein wollte. Äh. Nur die schnellen sind alt. Ah, nur die alten sind schnell. So meine ich es. Äh. Es lief wohl nicht so gut. Aber hey, was sollen wir sagen? Ich war gut heute. Das Spiel will halt irgendwas anderes behaupten. Äh. Sie machen oft viele Punkte. Schaffen Sie nächstes Mal einen noch besseren Platz? Bestimmt. Ah. Halt die Fresse. So. Daten habe ich da, habe ich nichts Neues. Nichts so wie ein gewisser Knacke mit dunkler Materie. Naja. Wurde ja auch einmal Zeit, dass wieder ein neues, schlechtes Ergebnis kommt. 42. Das ist die Lösung auf alles eigentlich. Deswegen würde ich mal sagen, ist das in Ordnung. Äh. Wir haben aber irgendwas mit Wissen bekommen. Schauen wir noch schnell rein. Ich vergeute die paar Minuten jetzt da noch. Wenn ihr Gehirn arbeitet, verbessert sich die Durchblutung. Sehen wir uns mal an, warum das passiert. Also für die Leute, die nicht mehr schauen wollen. Unten links ist der Link zum nächsten Video. Für die restlichen Leute, die können ja noch zuschauen und zuhören. Ihre Gehirnzeilen brauchen Sauerstoff und Glucose, also Zucker. Daraus gewinnen sie Energie für ihre Aktivität. Dieser Prozess nennt sich Energie-Metabolismus. Wuhh. Metabolismus. Um sich mit diesen Nährstoffen zu versorgen, lässt das Gehirn unser Blut schneller fließen, damit Sauerstoff und Glucose durch die Kapillargefäße ins Gehirn transportiert werden. Kapillargefäße, für die Leute, die es nicht wissen, sind die dünsten Gefäße im Körper. Dünsten Blutgefäße. Aber nicht nur Blutgefäße. Das alles geschieht, ohne dass wir es bemerken. Das ist klar, weil sonst würden wir ein bisschen zwölf zusammen drauf sein. Wenn unsere Gehirnzellen arbeiten, wird das Gehirn stärker durchblutet. Je aktiver ihr Gehirn arbeitet, desto aktiver ist auch der Energie-Metabolismus und umso mehr verbessert sich die Durchblutung. Genau wie die Durchblutung unseres Körpers durch Bewegung verbessert wird, verbessert sich die Durchblutung des Gehirns proportional zur Gehirnaktivität. Wenn sie ihren Körper bewegen, verbessert das jedoch nicht die Durchblutung des Gehirns. Das liegt daran, dass die Durchblutung des Gehirns relativ konstant ist, unabhängig von der Durchblutung ihres Körpers. Das liegt daran, dass Kapillargefäße alleine arbeiten. Das steht da nicht drinnen. Auf gut Deutsch, da drinnen steht sehr wenig über das, was wir wirklich wissen könnten. Und ich weiß es wohlgemerkt. Ich bin kein Mediziner oder sowas. Möchte ich nur dazu sagen. Nun gut, den Link zum nächsten Video habt ihr ja schon. Ich hoffe, euch hat dieser Part wieder mal gefallen. Ihr könnt mir jederzeit schreiben, was ich als nächstes machen soll. Das nächste Mal wird wahrscheinlich das letzte Mal sein. Das liegt jetzt hundertprozentig an euch. Das Kommentar mit den meisten Daumen hoch wird genommen. Ansonsten, danke Leute fürs Zusehen. 519,9 ist gut. Mit 42 die Lösung auf alles. Und wir sehen uns das nächste Mal. Also bis später. Oder bis bald, so wie es da oben steht. Ich muss gehen. Tschüss Leute.